Herzlich willkommen zum Zweikampf Sofa und Neverwinter Online im Koop mit Doc Smirks und wir machen ein ganz kleines Tutorial, ein Guide für die Weekly-Aufgabe oder zumindest eine der Weekly-Aufgaben im Flussviertel. Also man spricht mit Kavato StormEye, man kriegt dann ein wöchentliches Ritual. Das Ding kennt ihr schon alles, deswegen klicke ich das weg und jetzt muss man einfach zu der Ebene, wo wir haben Gyrion jetzt hier gewählt, wo der Gyrion seinen Platz hat. Es gibt auch noch Nostura und Kabal, die machen aber ein anderes Mal. Das heißt, man reitet einfach dahin. Ich kann mal übrigens gut erkennen, mit deinem Brennpferd. Mein Brennpferd? Auch in der Dunkelheit. Dein Pferd hat brennt. Das hat einen brennenden, heißen Hintern, ja. Das muss unser Eingang sein. So, wenn man da angekommen ist, dann muss man einen aboletischen Portalstein für Gyrion haben. Man guckt in seinen Venturi und ich habe einen aboletischen Portalstein, den sammelt man durch die Heroischen zum Beispiel. Der muss ich annehmen und dann habe ich auf einmal ein X, dass ich in den Turm tatsächlich eintreten kann, was ich jetzt einfach mal mache und dich dann stumpf mitnehme. So ein netter Kumpel bin ich. Ja, ich habe nämlich keinen Stein gehabt. Glück. Sowas aber auch. So, die Bibliothek. Gyrions Turm. So, Türchen auf und Gyrion was aufs Mützchen hauen. Der labert jetzt erstmal, aber das kümmert uns nicht. Wir hauen ihn einfach gleich. Wir wissen ja, was wir tun müssen. Was? Ignoranz? Hallo, hilfst du mir mal? Ich schweb hier so rum. Da stehe ich ja hier rum. Warum? Wie die Socke raus holen. Hast du gesagt, du holst die Socke raus. Du sollst keine Socken raus holen, du sollst Gyrion hauen. Man kann ihn sowieso nur ein bisschen. Dann kommt eine kleine Sequenz, die ich gleich weggeklickt habe. Und man muss dem Leuchtefahrt durch diese Tür folgen. Wir folgen dem Leuchtefahrt. Ist alles nicht so schwer. Und sobald man hier raustritt, kriegt man einen Sprungzauber. Da ändert sich das ganze Menü und man hat nur noch einen Knopf. Einmal drücken, Bereich machen. Zweites Mal drücken, dahin springen. Und man muss sich beeilen, weil diese blöden Flächen hier irgendwann auch abhauen. Jetzt haben die noch relativ viel Zeit. Später immer weniger. Und das wird bei der zweiten Sprungsequenz, die vor uns liegt, noch etwas tricky. Weil da muss man halt wissen, wo man lang springt. Und deswegen machen wir dieses Tutorial. Au! Warum sterbe ich beim letzten Sprung? Ich verstehe es nicht. Ich bin auch gerade fast raufgegangen. Aber ich habe es geschafft. So. Durch die Tür. Durch diese Türen. Nicht eine andere. Steht hier Gyrions Diener. Es sind so mehr als vier, die ihr hier seht. Aber wir warten auf große Diener. Das sind die kleinen Diener. Die zählen wahrscheinlich nicht, oder so? Man muss die großen Klappen machen. Das sind die Diener, der Diener. Also das sind wahrscheinlich die Unterdiener. Los, machen wir uns. So, das waren Ordensangehöriger. Das waren Ordensangehöriger. Also Ordensangehörige sind Diener, um es genau zu sagen. Oh, was? Nein, danke, Gyrion. Bleib stehen! Warum? Mein Blatt. Haut dir einfach ab. Rennst er so dir. Frechheit. Mein Kill. So, jetzt fehlt noch einer. Einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Das war ein Bade, das ist er nicht. Ja, das ist ein Ordensangehöriger. Den haben wir den schon. Das war's. Letzte, Hetze. Jetzt kommt Gyrion. Warum? Den man wieder nicht töten kann. Also, so sehr euch auch bemüht, das wird nichts. Auch der haut wieder ab, wie immer. Verwandelt hat er sich. Das ist schrecklich. Ja, zeigt sein wahres Gesicht. Aber wen interessiert's? Oh, gut. Ah, er ist durch diese Tür gelaufen. Schnell hinterher. Warum rede ich so? Mö, 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 mö. So, und jetzt habt ihr das Problem. Ihr könnt jetzt mal auf die Map gucken. Da seht ihr nämlich schon die Steinchen, wo ihr lang müsst. Aber die sind leider noch nicht in dem Level drin. Und man muss dann wissen, welchen Weg. Also, es gibt mehrere Wege. Ihr könnt natürlich springen, wie ihr wollt. Aber ich gehe immer rechts lang. Weiter, rechts, 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 rechts drehen. Dann kommt da die Ecke. Rechts, 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 rechts. Bis zu diesen zwei Zelten. Und dann müsst ihr links rum. Die nächste Ebene. Denn spawnt so ein rundes Teil in der Mitte. Oh Gott. Da müsst ihr hin und jetzt so runter, indem ihr nach unten guckt. Scheiße. Ich weiß nicht, warum man hier so Schaden nimmt auf einmal. Jetzt springt man hier rüber. Springt man da rüber. Und jetzt sind wir schon am Ende angekommen. Und ich habe fast keine Heldsmeer, warum auch immer. Man kann auch keine Heiltränke währenddessen nehmen, weil der Sprungzauber aktiv ist. Da hat man gar kein anderes Menü mehr. Das war ganz einfach. Total. Nicht. Ja, ab durch die Tür. Ab durch die Tür. Lass mich raten. Wir müssen wieder Gyro und Sina besiegen. Zuerst ja. Diesmal sind sie ein bisschen größer. Nämlich hier diese verseuchten Schlunde, Schlunde, Schalunde. Wie die Muschi-Gesichter hier oder was? Genau. Da kommen zwei Stück. Wenn du die weg hast, ist es schon vorbei. So. Ist weg. Oh, das war der erste. Nummer uno. Wo ist der zweite? Da ist der zweite. Nö, das ist das Skelett. Hä? Ich weiß ja nicht, wen du siehst, aber... Ein solchen verfluchter irgendwas. Ich sehe den verseuchten Schlund, den ich jetzt umgehauen habe. So, jetzt kommen nur noch Gyro und Fettich. Wo ist er? Gelogen. Gar nicht wahr. Gar nicht da. Tralala. Er wirkt mich. Ja, super. Und stellt mich in so einen Bereich rein, du Arsch, ey. Ist er. Er setzt sich hier wild rum und ist hoch. Durch ein einziges Mal getroffen. So ein Sack. Das war schon die Weekly im Flussviertel. Cool. So, und raus hier und fertig. Abgeben. Das war's. Abgeben. Bis zum nächsten Mal. Tschüüü. Tschüüü. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü